Willkommen bei Janus Moratti bei der exotischen Pflanzen, Superman und BS Wettergeld und bei der heimischen Sachen Superman und BS Wettergeld. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut Kanal-Info, da ist mein Alter und mein Geburtsdatum und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok und meine Homepage. Schaut bei meiner Homepage vorbei und ein YouTube-Kanal ist verlinkt und schaut bei ihr vorbei. Und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Dann teilt ihr das Video mit eurer fremde Familie überall auf Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, überall. Und jetzt geht das Video los. Hier haben wir die Tabakpflanze, die blüht. Schaut wunderschön aus und riecht gut. Und hier sind die Kamelle. Kann man sogar essen oder trinken. Schau, Kamelleblüte. Naja, komischer Geschmack. Und da haben wir die Schneerose, der Mais, Fringelblume, die Sonnenblume. Der Rabawa ist wieder am Treiben. Und die Nordmandanne. Und die Maispflanzen wachsen. Und die Sonnenblume wachsen auch ganz gut. Die Stiefmittelchen schauen auch noch fesch aus. Der Borrisch und der Gurkenkraut Borraco heißt Lateinisch Borritsch. Und da hat man auch so eine Blume. Und der Kakibaum ist am Wachsen. Schaut auch ganz schön aus. Der Mandelbaum schaut fesch aus. Ich zeige ihm ein Etikett. Schaut ganz gut aus. Hat neue Blätter. Da überall. Hier haben wir die Balkonblumen. Schaut auch ganz gut aus. Die Nelke. Schaut fesch aus. So schaut das aus. Und da sind die Rosen. Schaut wunderschön aus. Schaut schön aus. Schick. Da haben wir auch die Balkonblume. Ja, schaut auch schön aus. Die Gelben riechen so gut. Riechen super gut. Wenn sie riechen kann. Wenn sie riechen kann es durch die Kamera. Dann wird es euch auch gut schmecken. Hier haben wir gerade Mais pikiert. Und da haben wir die Sonnenblume und Mais und Kaffee. Ja, die Giersma jetzt. Wegen die haben alles hängen gelassen. Bissel. Ja, bissel. Ja, und hier ist der Maracuja. Die wachst auch wie verrückt. Ja. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut in die Videobeschreibung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut Kanal in so. Und schaut bei E vorbei. Und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken. Und mein Logo andrücken. Und dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und teilt das Video mit eurer Freunde, Familie. Überall auf Facebook, auf WhatsApp, auf Instagram. Und schaut bei meiner Homepage vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.